moin moin und herzlich willkommen zurück zu starfield eigentlich wollte ich hier eine basis bauen ich verlasse das eigentlich normal so aber wir haben auch neue kräfte bekommen aber gerade wegen dem sumpfkraut will ich hier eine basis haben kann ich überhaupt eine hinbauen allein nur wegen sumpfkraut will ich hier eine haben dass man hier irgendwie da haben wir eine moorblüte gibt es aber noch mehr orte wo man sumpfkraut bauen kann kann ich überhaupt ein ausposten haben muss ich vielleicht weit genug weg sein ja ich kann hier ich finde den aber vielleicht noch ein bisschen weiter weg machen hier so ja dann kennen wir schon und den will ich dann umbinden in zum flager das ist unser sumpf lager hier werden wir jede menge grüne novizen herstellen und dann ans neue lager verkaufen aber ich finde das mega dass wir hier schon hier sind also vor allem auch diese kräfte diese hier ich habe ich finde das mega liegt jetzt alles hier um mich herum aber jetzt schaden an mein schiff gemacht was können wir noch für kräfte haben also wir haben hier jetzt wirklich oben anti gravitations und unentdeckte tempel sind gibt es sieben aber hier sind eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf sind sehr viele punkte warte ich behalte lieber doch aktiv für den fall ich habe keine ahnung ob wir die für irgendwas noch gebrauchen werden aber ich finde das mega gerade so heben wir mal ab was hat jetzt die loge dazu zu sagen und die komplette konstellation also springen wollen wir so alpha zentauri so nimmt er so viel vom graf jetzt weg und vom antrieb meine ich jetzt nimmt er so viel weg und macht uns da den graf aber dafür so voll es geht nicht ja kein problem macht ich habe nichts genau wo ist jetzt nur atlantis da unten so karte immer die karte aber es wird gleich wieder dunkel wieder hell so ab in die loge also ich habe dann auch keine ahnung was ich sagen soll wie ich habe jetzt nicht aber dass es hier diese kräfte gibt vor laut vier hatte man ja nicht kräft keine kräfte gehabt das war ja das letzte bethester spielen also solo game und kräfte hatte man zuletzt eigentlich dann eher in skyrim gehabt so da war man ja das drachen blut und hier hat man auch auf einmal kräfte so oft hier wie die anderen aber ich freue mich dass ich ein eigenes zimmer habe mhm ok mhm ok ah vlad ist jetzt da oder vladimir bei krigs knochen seh dich an wenn es in ordnung ist führe ich jetzt direkt ein paar scans durch wir lagen mit der anomalie richtig oder du musst uns allen die ohren spitzen ähm es war ein gebäude eine art tempel äh es gab mir kräfte blatt kräfte äh wer die als fakta auch erschaffen hat steht auf rätsel äh ich mache das mit dem kräften es gab mir kräfte blatt der pechschwarzen see wovon redest du zeige ich dir gleich was ist mit dir passiert ähm vladimir seht ihr das an die kardiovaskularen und neurologischen werte sind nicht normal wie wäre es mit einer kleinen demonstration zusammenfügen der teile äh benutze antikraftationsfeld vor das haben alle gesehen oder wie alles mit der gruppe die schenke des himmels und das bislang praktischste ergebnis unseres kleinen abenteuers für sowas habe ich keinen klugen spruch das ist einfach echt schräg mhm der tempel hat das bewirkt ich werde diese kräfte überall einsetzen muss äh das muss geheim bleiben niemand darf davon wissen alle müssen davon wissen ich werde die überall einsetzen tja wir können dich wohl nicht aufhalten trotzdem sollten wir das für eine weile nicht öffentlich machen aber es spricht einiges für zurückhaltung dass die sache geheim bleibt ist vielleicht nicht mal der wichtigste grund gibt es noch mehr davon die scans deuten bereits auf ein weiteres hin das zu den bereits gefundenen artefakten passt theoretisch sollte in jedem tempel eins sein doch bei all den anzeichen eine übereinstimmung zu finden ist schwierig ohne das korrekte artefakt zum abgleich ist das unmöglich und auch dann dauert es eine weile mhm äh ich kümmere mich um die andere anomalie die ihr entdeckt habt hoffentlich ist es noch ein tempel äh könnt könnt ihr nicht einfach die tempel für die artefakte finden die wir bereits haben äh auf anderen planeten könnte es ebenfalls kräftationsanomalien geben warum nicht alle absuchen äh du glaubst es gibt einen tempel für jedes artefakt gut möglich ohne die daten vom artefakt war diese planetare anomalie nicht zu entdecken man braucht das eine um das andere zu finden äh auf anderen planeten um die quelle zu finden musst du trotzdem noch die artefakte mit den daten vom auge abgleichen ok äh könnt ihr nicht einfach die tempel für die artefakte finden die wir bereits haben nicht alle auf einmal hast du wieder eins gefunden komm nach hause so kann ich die suche weiter eingrenzen ok ich kümmere mich um die andere anomalie die entdeckt glaub ja nicht dass der tempel rein zufällig auf dich reagiert hat die artefakte die visionen und eine neue kraft das alles passt irgendwie zusammen das alles hält uns auf trap naja drückt das glück da draußen ich suche weiter nach planetaren anomalien die zu unseren artefakten passen hast du kurz zeit ich würde gerne etwas mit dir besprechen äh ok frage wenn du fragen hast sag's wenn du ideen hast wir sind alle aus dem selben grund hier ich will hier ein gott werden ja zugegeben du hast mich überrascht ich dachte du verschwindest sobald du hast was du willst aber ich lag falsch ich plane eine kleine soiree äh und du brauchst also meine hilfe äh eine soiree was soll das bedeuten es geht um eine art geschäftstermin und du brauchst also meine hilfe schön ich brauche deine hilfe es geht um ein artefakt das wir kaufen werden ganz einfach der verkäufer ist ein freelancer in neon das heißt höchstwahrscheinlich wurde das artefakt irgendjemandem gestohlen wir sollten bei der verhandlung etwas mehr präsenz zeigen und da kommst du ins spiel mhm äh ich mit forschung keine kommenden dinger die ist das in neon äh gefährlich oh definitiv der freie markt dort könnte nicht freier sein mit geld bekommt man alles und das nutzen wir aus mhm okay ich bin im anstand dann wäre das abgemacht wir müssen in der stadt vorher bloß noch ein paar leute besuchen hinterher gebe ich dir einen aus solange das trinken nach der verhandlung kommt oder was auch immer wir genau machen das wird ein kinderspiel versprochen du musst mich bloß nach neon bringen gib bescheid wenn du bereit bist bin bereit los geht's dann auf ins voli system ich bin schon aufgeregt reise nach neon ist er jetzt kann ich ihn jetzt auch mit in meine crew nehmen oder wie oder geht er jetzt einfach direkt auf mein schiff captain ich bin seit geraumer zeit in erwartung neuer befehle im wehrlauf okay hier hat alles rum geflogen ich hoffe die räume leider auch auf so wie sieht es mit dir aus ja es wird zeit dass ich unsere biege trennen ohne mich bist du zwar verloren aber wie du wünschst so die ist nicht länger mein aktiver begleiter aber ich gucke mal ist die Teil meiner crew so crew Andrea ja tatsächlich Barrett das Schiff Hella nicht zugewiesen Lynn nicht zugewiesen Moara Otero im Schiff riesiger Fan Sam Co Sarah Morgan Vasco Kann ich den hier mal raus nehmen warte was hat sie denn hier gleichen Teilchenstrahlwaffen Energiewaffen System die was hat Moara EM Waffen dann würde ich ihn mal raus nehmen weil die wäre dann da deutlich besser was ich habe nur warte kann ich Vasco noch hinzufügen kann ich nicht wieso ich habe 1,2 ne doch 1,2 3,4 4 Leute auf dem Schiff warum kann ich nicht mehr achso ich bin der fünfte dann wahrscheinlich hier ok dann haben wir jetzt zwei Männer und zwei Frauen in der Crew und halt mich als Captain Captain Sergeant Yumi hat nach dir gesucht ja ich weiß Sergeant Yumi ich weiß ich werde für ihn noch was machen aber ich will jetzt wissen was das mit diesen Anomalien da auf sich hat ich will noch mehr Kräfte haben halt ist das dein Schiff das da gelandet ist ziemlich schickes Teil jo danke dir der wird noch umgebaut beziehungsweise ich will schon auch eine geile Flotte haben hier irgendwann verlasse ich nur Atlantis für immer ok irgendwann bringe ich dir auch deinen Kaffee und wenn wir dann gleich wieder Neon sind äh können wir auch ähm für die andere da äh äh diesen Velocity oder wie das hieß auch noch abholen und vielleicht kommen wir damit hoppla umgeschmissen und vielleicht kommen wir damit dann äh doch in diesen einen Raum wo wir das Dings da klauen können Los guck mal was kommt ja das hat das Ding wieder Geld kann ich wieder was verkaufen für ich will hier was verkaufen hat immer noch keine Kräfte Müsste denn nicht eigentlich schon längst wieder Credits haben? So, Cockpit direkt. Und abheben. Wir können starten. Der Himmel ruft. Ich will jetzt wirklich wissen, was das jetzt mit den ganzen Anomalinen da auf sich hat. Jetzt fliegen wir erstmal so oder so nach Neon. Wir sind im Orbit Captain. So. Da. Und reisen. Was bedeutet eigentlich AU? Also außer Arbeitsunfähigkeit meine ich jetzt. Also ich meine schon AU in Weltraumentfernung. Schalte auf Standardantrieb. Fremdes Schiff. Du befindest dich im Freestyle-Kollektorraum. Kurz beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Hm. Wo ist... Da ist Neon. Ich wünsche viel Spaß in Neon. Jo, dankeschön. So, okay. Reise nach Neon. Der Stroblinden-Zertifikatskill erhöht den Schaden durch Stroblinden. Apropos, haben wir wieder... Ne, wir haben keinen neuen Level erreicht. Okay, wir sind immer noch Level 17. Boah, aber ich feiere das gerade. Wir werden wirklich... Wir sind jetzt ein kleiner Gott geworden. Mit Gravitationskräften. So, sprich mit Walter Strode. Wo ist denn der? Da. Ihn auch mal woanders außerhalb der Loge zu sehen. Auch interessant. Riechst du das? Baustellen, Weihrauch, Industriechemikalien, jeder Art. Aber der Gestank von Rissbarsch lässt sich nicht vertreiben. Hm, Rissbarsch? Eine heimische Fischart. Wer weiß, wie es hier aussehe, wenn ihre psychotrope Wirkung unentdeckt geblieben wäre. In der Theorie eine reiche Proteinquelle. In der Praxis eine Partydroge. Und die Praxis gewinnt natürlich. Hm. Dieser Fisch macht Leute high? Hat angeblich mit dem natürlichen Öl des Rissbarsches zu tun. Die daraus gewonnene Droge heißt Aurora. Ach so, okay. Aber egal, gehen wir mal. Wir müssen bei Stroud Eklund halt machen. Wenn große Summen gezahlt werden, muss das selbst bei so einem Fall zuerst genehmigt werden. Okay, also Stroud Eklund. Da müssen wir mal hin. Ich bin mir da jetzt gerade gar nicht sicher. Hatten wir mit Ryujin nicht irgendwas auch gegen Eklund gemacht? Ich hoffe nicht. Los, die Scanner tun dir schon nichts. Weiter gehen, weiter gehen. So. Obere Plattform. Also das wäre dann, wenn wir rein die Hauptstory verfolgen hätten, das erste Mal. Aber bei Reliant Medical. In Geschäftskreisen wird es als allgemein bekannt, dass Cydonia seine besten Zeiten hinter sich hat. Bis jetzt. Dank eines pharmazeutischen Durchbruchs hat das bisher wertlose Mineral namens wässriger Hämatid plötzlich eine wichtige und profitable Verwendung. In ganz Cydonia kam es zu spontanen Partys. Denn der Stadt könnte ein Boom bevorstehen. Boah, Cydonia müssen wir mal wieder besuchen. Mal gucken, wie es da jetzt ist. So. Also, ich bin immer noch... Wer? Sprich mit Tevin in Estas. Also, da kennen wir schon. Ah, hier, okay. X-Corp, Kinetics, Keltkorb. Hier waren wir ja. So, Ebene wählen. Firmensitz von Stroud Eklund. Also, hier, dass Walter Stroud hier sein Ding hat. Mr. Stroud, wir haben Sie nicht erwartet. Schon in Ordnung. Ich muss bloß kurz zu meiner besseren Hälfte. Ist sie hier? Ja, ich werde Sie anmelden, Sir. Du kennst Stroud? So ein Glückspilz. Ja, ähm... Walter. Wie ist er? Geht es um letztes Mal? In den Markt für Luxuscruiser zu investieren, wäre ein Fehler. Unsere Kernkompetenzen liegen woanders. Nein, es geht um... Warte, ein Fehler? Unsere Schiffsdesigner sind in den besiedelten Systemen unerreicht. Die Designen Privat- und Militärschiffe, Walter. Unterkünfte im großen Stil für Touristen sind eine ganz andere Sache. Oh, tut mir leid. Anstatt mit meinem Partner zu streiten, sollte ich mich lieber vorstellen. Issa Eklund. Die besagte Eklund aus dem Unternehmensnamen. Äh... Ich bin entzückt. Ich beneide dich und deinen Partner um den Erfolg. Äh... Bist du Walters Frau? Co-CEO. Erbin des Eklund-Vermögens. Dass ich seine Frau bin, fällt unter ferner liefen. Fällt unsere Ehe wirklich unter ferner liefen? Oh, das kommt ganz darauf an. Hm. Ich bin entzückt. Ich beneide dich und deinen Partner um den Erfolg. Oh, wie reizend. Walter, woher kennst du diese Person? Ich beneide dich. Wir gehören beide zur Constellation. Richtig. Die kühnen Entdecker, von denen mein Partner so schwärmt. Du solltest seine Rede dazu hören. Ist das wirklich nötig? Oh, mir stockt immer der Atem, wenn er das macht. Wirklich. Diese Leidenschaft. Würde er so mit dem Vorstand reden, müsste ich sie nicht besänftigen. Wir sollten Walter unbedingt noch mehr in Verlegenheit bringen. Ja, oder? Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Also, mein Lieber, warum seid ihr hier? Der Vorstand tagt nicht. Und bis zu unserem Urlaub dauert es noch. Es geht um das Sonderkapital. Ich brauche alles. Ach. Hat das zufällig mit deinem bevorstehenden Treffen in der Astral Lounge zu tun? Davon habe ich nie erzählt. Hast du wieder meine Dateien hacken lassen? Du hast damit angefangen. Kann gegenseitiges Misstrauen irgendwann wieder zu Vertrauen führen? Das frage ich mich gerade. Hm. Das Treffen findet also in der Astral Lounge statt? Weil sowas setze ich auch immer auf Freelancer. Ihr kriegt euch immer gegenseitig. Oh, ist bloß ein kleines Schaumützel. Wenn wir beide allein sind, kann Walter sehr zuvorkommend sein. Wer Geschäft und Privates mischt, muss trennen können. Äh, das war ein bisschen zu viel Info. Also, das Treffen findet also in der Astral Lounge statt. Ein äußerst riskanter Ort für ein geheimes Treffen. Das war das Ziel. Ein neutraler öffentlicher Bereich. Nur nicht an Hilfe. Oh, du musst mich helfen lassen. Ich habe an alles gedacht. Durchleuchten wir den Verkäufer. Was sind seine Ziele? Dann überprüfen wir die Astral Lounge auf Sicherheitsrisiken. Für den Fall, dass etwas schiefläuft. Wir bestechen die Türsteher. Ändern die Zugangscodes. Ganz genau. Hm. Äh, dann erledige ich das alles. Während ihr beiden hier wartet, äh, den Verkäufer durchleuchten, die Astral Lounge auf sichern, alles klar. Verzeih meinen Egoismus. Aber ich würde gerne etwas Zeit mit meinem Mann verbringen. Außerdem muss die Zahlung bewilligt werden. James Newell ist der Broker, der unseren Verkäufer kennt. Er kann dir weiterhelfen. Die Astral Lounge ist leicht zu finden. Hier. Das ist für laufende Kosten. Schließlich übernimmst du jetzt. Wir treffen uns hier. Ich werde bei der Verhandlung anwesend sein. Versprochen. Ich lasse dich nicht allein. 1.000 Credits. Okay. Äh, Fragen nach der Security. Finde mehr über den Verkäufer heraus. Ähm. Okay. Stell bloß nichts an, klar. Ich beobachte dich. Und zwar nonstop durchsend. Ja, okay. Gehen wir mal zur Lobby wieder. Also. Ja, okay. Jetzt machen wir einen illegalen Deal wahrscheinlich. So. Da gehen wir später hin. Die Astral Lounge. Ne, ne. Alles gut. Erstmal nach da vorne. Hast du dir nichts besseres zu tun? Was wollen die von mir? Kein Interesse. Hä? Ich renne doch nur vorbei. Boah, warte mal. Ich will mal was wissen. Ich will mal was ausprobieren. Äh. Hier. Einmal speichern. Was passiert, wenn ich jetzt das hier mache? Alter. Gehen die alle um mich los. Wie viel Kopf? Okay. Und. Noch einmal. Warte. Ach, das muss ich jetzt mal wieder nachladen. Kann ich nicht sofort machen. Okay. Boah, aber das fand ich jetzt lustig. Und wie die alle weggerannt sind. Wie? Da ist er ja, der Saburo. Und schon rennt er weg. Hey, hör auf. Aber okay, komm, egal. Wir haben gerade, wir haben jetzt ein bisschen Blödsinn gemacht. Wollte ich nur mal ausprobieren. Weil ich hab da jetzt gefeiert. Ich wollte das einmal zumindest wirklich gucken, was passiert, wenn man das vor den, vor der Bevölkerung macht. Naja, okay, die, die akzeptieren keinen Gott. Äh, warte mal. Da muss ich mehr über den Verkäufer rausfinden. Wenn du dich fragst, was hier so stinkt, das ist... Ach, den da. James Nerville. Willkommen bei New Wills. Willkommen bei New Wills. Rosa und ich garantieren unseren Kunden, dass wir Sikards lausige Auswahl bei weitem überbieten. Hm. Klingt, als hätte es so ein Problem mit Sikards Laden. Oh, ich habe kein Problem mit seinem Laden. Nur mit Sikard selber. Der Zusammenhalt unter den Geschäftsleuten von Neon ist ihm völlig egal. Er schwänzt unsere Treffen und macht bei Sammelbestellungen nicht mit. Und er schmiert die Neon Security, damit sie seinen Laden beschützen. Hm, okay. Äh, vielleicht hat er ja keine Wahl. Vielleicht sollst du dich um deine Sache kümmern. Was für Treffen meinst du? Viele Kaufleute in Neon gehören einer kleinen Händler-Allianz an. Das ist nichts Offizielles. Wir setzen uns nur manchmal zusammen, um Probleme zu klären und uns gegenseitig zu helfen. Ah, okay. Ähm. Und wie schützt du eure Laden? Ich wehre mich gegen das Pakt, das hier reinkommt und glaubt, ich würde einfach mein Geld hergeben. Ich lasse mich nicht rausdrängen. Und ich zahle auch kein Schutzgeld. Hm. Das klingt vernünftig, dass er seinen Laden schützen will. Vielleicht sollte, äh, vielleicht hat er ja keine Wahl. Jeder hat eine Wahl. Manche Wege sind nur schwieriger als andere. Man kann die Neon Security nur bekämpfen, wenn alle Kaufleute sich vereint, gegen diese Regeln zur Wehr setzen. Jedenfalls, entschuldige mich, will das Thema einfach sehr auf. Entschuldige bitte den kleinen Ausbruch. Sieh dich ruhig um. Du findest bestimmt etwas, was dir gefällt. Hm. Du hast nämlich ein Treffchen mit Walter Strauss arrangiert. Ich würde gerne was gucken. Sag mir Scheid, wenn du etwas willst. Ja, ähm, was hat er denn? Shop Trooper. Und Space Trucker. Sieht auch cool aus, aber... Boden-Crew. Deep Reckon. Navigator und Space Trucker. Nee. Business Kleidung. Priester Collective. Siedler. Äh, Astronomy Room. Leder Streetwear 2 Keys. Ah, okay, hier. Fischverkäufer. Neon Club Läden. Synth Leder. Okay. Die Klamotte, die ich haben will, hat er nicht. Notizen. Das Licht der Sterne. Krieg der Welten. Krieg der Welten hat er hier? Okay, sonstiges. Digi Dietricher. Kann ich mal was verkaufen? Also jetzt, glaube ich, nicht von hier, aber von hier. Vom Schiff. So. Äh. Ups. Ähm. Ich rede mal mit Siegert. Nehmen wir mal ein Quest an. Okay, ja. Das wäre extrem hilfreich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, äh, du musst überhaupt nichts sagen. Nun, ein Danke wäre, äh, nicht daneben. Ja, natürlich. In Rosas und meinem Namen. Danke. Aber sei vorsichtig. Siegert kann überraschend und vernünftig sein, wenn er in die Enge getrieben wird. Mhm. So, ähm, wie oft hast du schon versucht mit, äh, Siegert zu reden? Als ich das Thema das erste Mal angesprochen habe, haben wir uns fürchterlich gestritten. Siegert hat gesagt, dass er die Neon Security auf jeden Fall bezahlt. Ich habe danach noch ein paar Mal versucht, mit ihm zu reden. Aber er war immer zu beschäftigt, um sich vernünftig mit mir zu unterhalten. Er hat offensichtlich nicht vor, nochmal mit mir zu reden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er so wütend auf mich ist. Mhm. Okay, äh, aber ich will jetzt mal mit der Story weitermachen. Du hast neulich ein Treffen mit Walter Stroll arrangiert. Kann sein. Oder auch nicht. Mhm. Äh, gehen wir davon aus. Normalerweise kosten Infos was. Hör auf, meine Fragen auszuweichen. Ich weiß, dass du etwas mit dem Verkäufer zu tun hast. Ich brauche nur Informationen. Die Sache wird nicht auf dich zurückfallen. Äh, du hast schon für den Kontakt zwischen Walter und dem Verkäufer passiert. Ein Zahl, ein Zahltag reicht. Du hast hier allerlei zerbrechliches Zeugen. Wäre doch schade, wenn da etwas zugucken ist. Das mache ich mal nicht. So, ich mache das immer. Ich habe mit so vielen Leuten zu tun. Dabei hält man schwer den Überblick. Mhm. Ich frage im Namen von Walter Stroll. Er kann dich bestimmt bezahlen. Ich könnte es auf seine Rechnung setzen. Mhm. Sieh mal, ich verstehe das. Du hast deine Befehle. Ich habe meine. Äh. Versuch mal das hier. Eigentlich verlange ich für jede Infocredits. Allerdings. Okay. Viel weiß ich nicht. Habe aber einen Freelancer auf ihn angesetzt. Mhm. Okay. Sleepcrate 1. Ich werde die Einheit für dich markieren. Ah. Sleepcrate des Verkäufers. Du suchst die Sleepcrate des Verkäufers. Was? Ist das da hinten? Ich begehren könnte. Neon? Hier geht es ja noch weiter. Okay. Da bin ich jetzt ein bisschen neugierig jetzt, dass es hier noch weiter geht. Wo sind wir denn hier jetzt? Okay, wir gehen aber erstmal da hin. Ach, wir sind draußen. Und es regnet. Und da ist mein Schiff. Sieht ein bisschen aus wie so ein Insekt. So leicht. Mit den Beinen zumindest. Hm? Normalerweise wird mir in Simulatoren immer schlecht. Aber diesmal nicht. Darf ich das überhaupt? Was ich hier jetzt vorhabe? Ich glaube, der und der hier. Dann der und der. Okay. Persönliche Korrespondenz An ein Freund. An Musgrove. Wie besprochen, solltest du das besagte Objekt möglichst bald übergeben. Geh davon aus, dass du beobachtet wirst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du dran bist. Ein Freund. Fischhändler. Ja, ja, hier stinkts. Aber immerhin verdiene ich was. Okay, ich sag da nix zu. So, dann haben wir da nur noch das da hinten. Oder? Ja. Mit der Security. Spreng ich mit Hamza. Okay, die Geschichte kennen wir aber schon. So, okay. Dann jetzt mal in die Astral Lounge. Keine Ahnung, was wir da jetzt genau machen werden müssen. So. Erstmal wieder Party. Nee, ich will an euch vorbei. So. Guten Morgen. Du bist neu hier, oder? Ich bin Boone Morgan, dein neuer bester Freund in Neon. Wenn du zum Trinken oder zum Musikhören hier bist, bin ich dein Mann. Und wenn du einen noch größeren Kick willst, wir haben auch reichlich Aurora am Angebot. Ähm. Ich ziehe Alkohol vor. Ich bin definitiv hier, um mal Aurora auszuprobieren. Ist Aurora nun illegal oder nicht? Nicht in der Astral Lounge. Nein. Wir sind die einzige legale Aurora-Verkaufsstelle. Von Verwalter Bayou persönlich autorisiert. Ah, okay. Und wenn du es gekauft hast, darfst du es überall in Neon konsumieren. Außer natürlich im Raumhafen. Hm, okay. Äh. Komm, wir probieren es mal aus. Worauf wartest du dann? Los geht die Reise. Hier. Die Karte. Es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass Aurora nicht ganz billig ist, aber mal ehrlich, Vergnügen hat eben so einen Preis. Hm. Ich habe nachher ein Meeting und sorge mich um die Sicherheit. Die Astral Lounge gehört zu den sichersten Orten in Neon. Dort werden nur die besten Kräfte eingesetzt. Hm. Angenommen, im Fall eines Kampfes wäre ich auf Security angewiesen. Angenommen, ich will die Türen verriegeln können, damit niemand verschwindet. Äh, wo genau kann ich ein privates Meeting abhalten? Private Meetings finden oben statt. Nimm den Aufzug. Hm. Und angenommen, im Fall eines Kampfes wäre ich auf Security angewiesen. Dann wäre das VIP-Paket der Astral Lounge was für dich. Für eine geringe Gebühr ist unsere Security auch deine. Hm. Äh, 4000 Credits. Bin ich dann jetzt wieder VIP? Oder überzeugen, die Gebühr ist etwas zu hoch? Das ist, komm, ich mach mal das. Eine angemessene Gebühr ist auch in unserem Sinne. Äh, ein Unternehmen wie Stroud Eklund genießt auch bestimmt schon VIP-Datus. Du arbeitest für Stroud Eklund? Ja. Dann sollten wir uns einigen können. Hm. Sieh mal, ich verstehe das. Du hast deine Befehle, ich hab meine. Ja, kenn ich. Äh, das hör ich gerne. Ich bin noch redebereit. Falls du noch interessiert bist, bieten wir dir gerne einen Rabatt an. Ah, 1000 Credits. Bin ich jetzt ein VIP? Ausgezeichnet. Lass mich nur den Rabatt abziehen. Und fertig. Wir hoffen, dein Meeting verläuft wie gewünscht. Hm, okay. Ich würde gerne wissen, wie man hier ein Penthouse kauft. Hervorragende Wahl. Die Sky Suite bietet Luxus und Eleganz, wie du sie sonst nirgendwo in dem besiedelten System findest. Und da die Astral Lounge sich im gleichen Gebäude befindet, kannst du dich per Aufzug direkt ins Vergnügen befördern lassen. Okay, äh. 235.000 Credits zahlen. Ähm. Erzähl mir von dem Penthouse, was hat das zu bieten? Sehr gerne. Das Versein der Sky Suite ist auf Offenheit und Luxus ausgelegt. Ob du den Morgenhimmel oder die Lichter von Neon bevorzugst, mit den hohen Decken und Panoramafenstern hast du jederzeit eine tolle Aussicht. Hm. Kein Interesse. Sehr schade. Aber ich bin hier, falls du es dir anders überlegst. Hm. Da dürfte ich mir mal die Karte anbieten. Klar, nur zu. Aber wir wissen doch beide, warum du hier bist. Aurora, oder? Äh. Adichron. Astral Lounge Sankt. Astral Lounge Sankt. Das ist eine coole Flasche. Die würde ich gerne so haben. Astral Slider. Hier haben wir Aurora. Zeit wird 10 Sekunden lang um 40% verlangsamt. Okay. Ein Baguette. Bio-Private Reserve. Chandra Cabaneza. Okay. Chandra Malbec. Chandra Merlot. Chandra Pinot. Chandra Riesling. Chorus Grada. Es gibt schon hier. Die Flasche finde ich auch cool. Aber... Hier kostet ein... Okay, Aurora. Wir bekommen bestimmt noch mal die Möglichkeit, das auszuprobieren. Wer hat die Musik für diesen Laden gemacht? Nicht der Hammer, oder? Das ist Borealis. Sie ist zwar erst 19, produziert aber jetzt schon die mitreißendste, spacigste elektronische Musik, die du je gehört hast. Ich weiß nicht, woher sie ihre Inspiration bezieht, aber vermutlich hat das ganze kostenlose Aurora etwas damit zu tun. Was kannst du mir über Verwalter Bayu erzählen? Ben und ich sind gute Freunde. Er hat mir den Job hier in der Astro-Lounge gegeben. Er ist ein guter Mann. Ein echter Philanthrop. Die Bürger von Neon liegen ihm am Herzen. Er sorgt dafür, dass alle Arbeit haben und gut versorgt sind. Kannst du irgendwas auf der Karte besonders empfehlen? Kommt drauf an, ob du Hunger oder Durst hast. Ähm, Durst. Okay. Wir haben ein paar Spezialitäten des Hauses, die dich vielleicht interessieren. Unser Bestseller ist Sangria Astral. Ein faszinierend erfrischender, fruchtiger Rotwein, der in einer Sammlerflasche serviert wird. Noch exquisiter ist unser Bayu Private Reserve. Ein penibel destillierter Cognac, der im feinsten aktorischen Kristall gelagert wird. Reicht das oder willst du auch etwas essen? Okay, komm. Hunger? Ach, du bist ein kleiner Foodie. Das freut mich. Die Qualität unserer Küche ist ebenso berühmt wie die unserer Drinks. Äußerst empfehlenswert ist unser Melonen-Kaviar. Köstliche, salzige Kügelchen von Hydrokultur-Melone aus unserem hauseigenen Aquagarten. Und zum Abschluss unser Lounge-Special-Strip. Ein gegrilltes Steak auf Sojabasis an frittierten Kartoffelstäbchen. Mh. Köstlich. Ist da etwas für dich dabei oder suchst du was anderes? Äh, ne, das war's fürs Zerstoff. Natürlich, natürlich. Komm mal wieder. Jo. Äh. Okay, da muss ich hin. Oh Mann, ich kann fliegen. Die Leute hier einfach rein. So. Ach, da hinten. Geh weiter. Ja, ich geh doch weiter. Diesmal kriegen wir also den Raum. So. Warte. Ah, ich darf das einfach so machen. Okay. Warte mal. Erstmal gucken. Ja, die beiden würden funktionieren. Okay, dann wahrscheinlich... Ah, ja. Perfekt. So. So. Planung. Dieser Raum wurde reserviert für vertraulich. Bei Planungsschwierigkeiten bitte an Boone morgen wenden. So. Sprich mit Walter Stroud. Okay. Nice. Okay. Perfekt. Haben wir alles. Haben wir alles. So. Und wieder runter. Suchen wir mal Stroud. alles erledigt. Alles erledigt. Perfekt. Nur wir kommen hier an den Leuten schwer vorbei. Aber elektronische Musik ist echt nicht so meins. Also müsste man schon tatsächlich mit Rap oder Rock kommen. So aus dem englischsprachigen Raum. Hallo. 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 Und hier. Film sitzt uns Stroud Egg. Lohnen. Ja, Mann. So. Quatschen wir noch mal. Walter? Walter? Ist alles vorbereitet? Äh. Der Verkauf ist ziemlich verzeifelt. Äh. Das gibt uns einen Vorteil. Exzellent. Gute Arbeit. Gehen wir in die Astral Lounge. Adieu, meine Liebe. Bis zum nächsten Vorstandsmeeting. Oh, ich behalte eure kleine Aktion im Blick. Nur für den Fall. Viel Glück euch. Ja, okay. Stroud? Ich fahr schon mal ohne dich, ja? Bin da ein bisschen ungeduldig. Aber okay, wir machen jetzt den Deal. Bin jetzt gespannt, wie das dann gleich enden wird. Du bist bei der Vanguard, stimmt's? Danke für deine Dienste. Jo, kein Thema. Da werde ich auch noch diese Undercover-Jobs machen. War doch. Hier. Genau. Hier. Undercover. Die will ich auch noch machen. Bin ich auch ganz neugierig, wie das dann da aussieht. Wie das dann ist. Na gut, da wären wir. Keine Ahnung, wie der Verkäufer aussieht, aber er hat einen Sicherheitskoffer dabei. Größer als normal. Groß genug, um das Artefakt zu verwahren. Teilen wir uns auf. Die Losung für den Verkäufer lautet Ramsey und Travers. Ramsey und Travers. Die Entdecker des Neongases. Ist das so? Die Losung identifiziert also uns als Käufer. Alles klar. Nochmal. Ramsey und Travers. Okay. Wir treffen uns in der Nähe des Lifts. Tamsey und Travers. So, jemand mit einer großen Tasche. Hier haben wir jemanden mit einer Tasche, aber diese ist normal groß. Da könnte so ein Artefakt wahrscheinlich nicht drin sein. Irgendjemanden mit einer ganz großen Tasche. Äh, was? Ich verstehe, dass du umlässst, ist alles negat. Tja, ähm, hallo. Ich hätte dich hier nicht erwartet. Äh, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. In der Astral Lounge. Freut mich, Audi zu sehen. Auf frischer Tata-Tata-Tata. Wenigstens hat einer von uns seinen Spaß. Deine Mutter hatte da was gefunden. Ein All-Inclusive-Paket für eine Urlaubsreise nach Neon. Es ist ein Ruhestandsgeschenk. Und, äh, die Astral Lounge ist schließlich in aller Munde. Ähm, sagt bloß nicht, dass ihr Aurora probieren wollt. Ganz sicher nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein, bestimmt nicht. Moment, was machst du denn hier? Ich bin... Ja, hier passiert nichts Gutes. Ich bin lang genug hier, um das zu wissen. Äh, im Gegensatz zu euch bin ich dienstlich hier. War klar. Du meine Güte. Äh, tun wir doch so, als wäre das nie passiert. Anders wäre vielleicht das beste, Schatz. Ähm. War mir tatsächlich jetzt, ähm... Das war jetzt... So, äh? Wo? Wo muss ich denn jetzt suchen? Ballistik-Spezialist? Ach, da kommen immer neue... Neue, ah. Wer ist der Wahnsinn hier? Antriebsspezialist? Aber wo haben wir jetzt jemanden mit einem großen Koffer? Ja. Hallo? Äh. Hallo! Die Musik ist genial! M-m... Ja, ja. Hä? Macht der überhaupt was? Dieses Aurora-Zock haut mich einfach um. Verzeihung. Was will er? Klappt immer. Jedes Mal muss ich mich am Ende um jemanden kümmern. Ja, ich will hier vorbei. Wen muss ich suchen? Das ist der Wahnsinn! Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Brauchst du nicht zu haben. Hab Spaß. Oh ja, ist der Wahnsinn hier. Wen muss ich jetzt finden? Oh. Musgrove. Da haben wir ihn. Ich bin mit meinem Drink beschäftigt. Äh. Ihr gehört zu Ramsey und Trevas. Ich gehöre zu Samwise und Gebbers. Ich bin gar nicht der Anstecknadel. Ach ja? Ihr habt in ein paar Minuten ein Meeting, oder? In einer dieser schicken VIP-Lounges. Da fällt mir ein, dass ich los muss. Pardon. Jo. Hab ich ihn gefunden. Okay, hatte ich jetzt nicht erwartet. Dass, äh, der hier ist. Aber das mit, äh, mit hier. Mit Mama und Papa. Das ist, äh. Was geht's? Das ist überraschend. Aber ich behalte den auf jeden Fall bei. Ich werde den weit im Geld... Verkäufe wird gerade vorbei. Gut. Hm. Ein Schnitt näher am Ziel. Äh. Er war zugekünft und aggressiv. Überrascht mich nicht. Schließlich geht es um Diebesgut. Da kann viel schief gehen. Bevor es losgeht, erkläre ich dir, wie es ablaufen wird. Okay. Er wird das Doppelte der abgemachten Summe verlangen. Ganz normal. Vielleicht droht er auch zu gehen. Letztendlich spielt der Kaufbetrag keine Rolle. Das Sonderkapital von Stroud Eklund, das sind nur Peanuts für dich und mich. Unser Ziel ist, ihm diesen Chip im Tausch gegen das Artefakt anzudrehen. Dazu ist jedes Mittel recht, solange wir hinterher noch leben. Alles klar? Hm. Äh. Und wenn es brenzlig wird? Darum bist du hier. Wir sollten Kontenanz bewahren, aber zur Not schnappen wir uns das Artefakt und hauen ab. Äh. Sieh es als letzten Ausweg, ja? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ja, okay. Gut. Gehen wir hoch. So. Ab nach oben. Er ist im Fahrstuhl, können wir direkt los. So steht hier eigentlich... Wenn dich die Gangs heute mal nicht umbringen, könnte das ein guter Tag werden. Darum steht hier eigentlich immer mit dem Rücken, äh, zum Fahrstuhlgang. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Es ist mir etwas peinlich, aber unsere PR-Abteilung bearbeitet die offiziellen Fotos stark nach. Bleibt dein Bodyguard die ganze Zeit stehen? Das macht mich nervös. Äh. Ich setze mich hin, dann braucht sich keiner zu fürchten. Ist nicht mein Problem, ich bleibe stehen. Ah, komm. Wie zuvorkommend. Als wäre ich auf einem anderen Planeten. Hm. Ja, komm. Ich setze mich hin. Hätte ich nicht die Tür vorher zumachen sollen? Das Objekt befindet sich in diesem Koffer? Ja, hier ist es. Ah, sieh mal einer an. Ist ein Unikat und du willst es. Ich habe den vereinbarten Betrag. Sorry, aber jetzt will ich das Doppelte. Wie soll ich das bitte hinkriegen? Keine Ahnung aber. Dein Bodyguard hier hat schicke Ausrüstung. Warum steuert der nicht was bei? Hör auf zu blöffen, wir wissen, dass du es loswillst. Sei für nötig, wir können uns das Doppelte nicht einfach aus den Rippen. Äh. Komm, wir machen erstmal das. Ach, wirklich? Und woher weißt du das? Wer hat geplaudert? Spielt das eine Rolle? Du steckst in der Klemme und wir wollen immer noch kaufen. Für die vereinbarte Summe. Ich bin auf der Flucht, okay? Ich muss verschwinden. Darum brauche ich jetzt mehr. Ist nicht unser Problem. Wir hatten eine Abmachung und jetzt willst du sie brechen. Ist Walter Stroud etwa so knapp bei Kasse? Dann mache ich jetzt den Abflug. Hm. Aber das Geld brauchst du trotzdem noch. Wenn ich jetzt verschwinde, habe ich einen Vorsprung. Ihr verschwendet bloß meine Zeit. Hättest du das Geld genommen, wärst du schon unterwegs. Stattdessen lamentierst du rum. Wie sieht's aus? Geld oder Leben? Ich. Ähm. Du kommst immer noch gut dabei weg. Äh. Oder sei nicht dumm, nimm das Geld. Ja komm, machen wir das. Also schön. Dieses Ding gehört euch. Gut gemacht. Walter Stroud folgt mir jetzt. Das war riskant, aber es hat funktioniert. Ab nach Hause. Oder? Jo. Er ist jetzt auch ein Begleiter. Okay. Sofort stehen bleiben. Ihr habt Eigentum von Slayton Aerospace. Ah. Also war Slayton der Vorbesitzer. Das muss nicht sein. Schließlich ist in Neon alles erlaubt, oder? Übergebt Mr. Slaytons Eigentum. Sofort. Äh. Überzeugen tut das nicht. Neon Security rufen. Security, wir werden bedroht. Dann greifen wir eine Schießerei mit Fußhaut. Ich versuche mal zu überzeugen. Er gehört meinem Arbeitgeber. Mehr muss ich nicht wissen. Wollt ihr, dass ich schieße? Lass mich doch mal selbst mit Slayton reden. Wir finden bestimmt eine Einigung. Bin ganz ohr. Wir wollen beide nicht das Schlimmste gehen. Dein Boss wusste gar nicht, was er da hatte. Lass uns gehen und Constellation wird alles offenlegen. Vergiss es. Verdammt. Äh. Wir haben nicht gestohlen. Wir haben ihn gekauft. Das können wir der Neon Security gern erklären. Warte. Halten wir die Neon Security da raus. Ah. Also gut. Da hatte er Angst. Aber mit Nikola Slayton ist nicht zu spaßen. Seht euch lieber vor. Ein bewaffneter Trupp in der Astral Lounge. Slayton muss es mit dem Artefakt wirklich ernst sein. Verschwinden wir schnell von diesem Planeten. Yo. Da bin ich dafür. Ich habe keine Ahnung, wer Slayton ist. Wer ist denn das jetzt? Ist etwas Schiff gelaufen? Slayton hat ein Kopfgeld ausgesetzt und ein paar Leute geschmiert. Euer Schiff wurde am Raumhafen beschlagnahmt. Was? Das war unser Fluchtweg. Wir müssen uns Slayton vom Alt schaffen. So viel zu ganz einfach, Walter. Wer ist Nikola Slayton überhaupt? Der CEO von Slayton Aerospace. Die stellen Schiffsteile her. Antriebe, Schubdüsen. Und wie haben sie von uns erfahren? So wie immer in Neon. Durch Geld. Geld verrät jedes Geheimnis. Ja, wir müssen uns Slayton vom Alt schaffen. Sehe ich auch so. Reden wir mit ihm. Slayton Aerospace hat hier im Trade Tower eine Niederlassung. Nikolaus muss dort sein. Oder zumindest in der Nähe. Gehen wir in ihr Foyer. Vielleicht empfängt er uns hier. Ja, Walter Stroud folgt uns jetzt. Wer gibt die zum HQ von Slayton Aerospace? Ja, wir gehen aber erstmal hier raus. Denn diese elektronische Musik, die kann ich nicht mehr tragen. Muss ich auch ehrlich sagen. So. Darunter. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge reden wir mal mit Slayton. Und. Ja, sehen wir mal zu, dass wir hier auch wieder rauskommen. Also vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos. Und ciao. Ich bin's, 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 ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020